Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Heute habe ich mir ein Thema für diesen Vlog gesetzt und zwar möchte ich mit euch darüber sprechen, weil ich in den letzten Wochen oft darauf angesprochen wurde, wie man denn jetzt vom Planen ins Umsetzen kommt. Und das möchte ich heute in den einzelnen Punkten mit euch besprechen, ein paar kleine Tipps geben, ein bisschen was von mir erzählen. Mein Internet macht gerade ein bisschen Probleme, deswegen kann ich das gerade ein bisschen angehen, weil ich gerade eh nichts am PC machen kann und deswegen würde ich sagen, starten wir auch erstmal mit dem ersten Tipp, den ich da habe, wenn einem irgendwie so der Letzte fehlt, um seine Pläne, seine Ziele dann auch wirklich umzusetzen. Prinzipiell finde ich es schon immer richtig cool, wenn man jemandem von seinen Vorhaben erzählt. Wenn man das nämlich einmal erzählt hat, werden die Leute auch wiederkommen und danach fragen, wie es läuft, was du schon gemacht hast und dann bist du Rechenschaft schuldig. Und beim ersten Mal sagt man vielleicht, ich habe doch noch nichts gemacht, dann bekommt man vielleicht nochmal einen Arschtritt von demjenigen. Und beim zweiten Mal willst du aber nicht nochmal sagen, ich habe noch nichts gemacht, dann willst du was vorzuweisen haben, wenn er dich wieder fragt. Und dann baut sich so ein bisschen so ein Druck auf, noch nicht doll, Druck ist ja immer nicht so eine gute Sache in dem Fall, aber so ein ganz kleiner Druck, dass du demjenigen was erzählen möchtest, wie du weitergekommen bist, was du gemacht hast. Deswegen finde ich es immer cool, jemanden davon zu erzählen, was man plant. Wenn man jetzt zum Beispiel plant, man möchte mehr Auszeit für sich nehmen, erzähl es doch mal einer Freundin. Und vielleicht kommt dir sogar zusammen dazu, das dann zusammen umzusetzen. Oder wenn du irgendein anderes, größeres Ziel hast, vielleicht auch beruflich, ist es auch immer gut, jedem davon zu erzählen. Weil irgendjemand kennt wieder jemanden, der dir helfen könnte. Also es ist immer gut, von seinen Zielen, von seinen Träumen, von seinen Wünschen, von seinen Vorhaben zu erzählen. Zum einen, weil sich da gute Connections ergeben, aber zum anderen auch, weil du dann damit nach draußen gehst. Das ist so der erste Schritt. Und dann so ein bisschen Rechenschaft ablegen musst, wenn dich derjenige fragt, wie weit du schon gekommen bist. Ich finde es halt ganz, ganz wichtig, dass wenn man so große Ziele sich gesetzt hat, was ja erstmal gut ist, sich erstmal Ziele zu setzen, ist erstmal schon der erste Punkt natürlich, das Planen, aber wieder ins Umsetzen. Dieses große Ziel wirkt halt auch groß. Und deswegen brecht diese großen Ziele in kleine Ziele herunter und setzt euch dann Deadlines zum Erreichen der kleinen Ziele. Also ich würde das auch wirklich immer mit einem Termin versehen. Bis da und dahin möchte ich dieses kleine Unterziel, nennen wir es mal, erreicht haben. Und dann kommt ihr Schritt für Schritt dem Erreichen des eigentlichen großen Ziels viel, viel näher. Aber ihr tut halt was. Und es ist nicht erstmal dieses große, riesige Ziel, was meterweit weg erscheint. Sonst sind diese kleinen Ziele, die machbar erscheinen. Und dann kommt ihr ins Umsetzen und ins Tun. Das Tolle am Planen ist ja auch immer, dass es so geile Pappeterie gibt. Und ich habe jetzt hier nochmal drei tolle Sachen, die ich euch vorstellen darf. Von Monkey Minder, auch ein Davanda Shop. Und die Produkte sind umweltfreundlich und die sind selbst gemacht. Oh, ihr merkt, ich bin noch ein bisschen erkältet. Und ich habe hier zum einen so einen Notizblock. Das finde ich halt immer richtig, richtig gut. Der ist auch mit einem Magneten, dass man den in einen Kühlschrank machen kann. Weil ich bin so ein Mensch, ich muss meinen Kopf öfter am Tag leer machen. Und dafür sind Listen halt auch ganz, ganz gut, dass ich Sachen einfach aus meinem Kopf rausschreiben kann. Nennen wir es mal so. Das wäre zum Beispiel super für eine Einkaufsliste beispielsweise. Oder irgendwas anderes. Wenn dir sowas in den Kopf kommt, was du irgendwann mal machen musst oder wen du anrufen musst, dass du das schnell auf so eine Liste schreibst und dir im Haus verteilt solche Notizblöcke hinhängst, wo du es immer mal raufschreiben kannst. Und dann holst du dir mal wieder so einen Zettel und organisierst das dann ein bisschen besser in deinem Kalender beispielsweise. Dann habe ich hier noch ein tolles Notizheft mit Flamingos. Sieht richtig, richtig cool aus. Das ist übrigens zack, liniert. Und Notizhefte finde ich super für unterwegs. Ich habe immer unterwegs ein Notizheft dabei in verschiedenen Größen. In der Handtasche habe ich immer so ein ganz, ganz kleines... Oh, jetzt hat es gerade geklingelt. Moment. So, wo war ich? Ah ja, das Notizheft. Also ich habe halt immer so ein kleines. Ich glaube, das ist dann A6. Habe ich immer in meiner Handtasche. Und wenn ich verreise oder allgemein unterwegs bin und weiß, ich mache mir auch viel Notizen, habe ich gerne mal auch sowas Größeres mit oder auch auf dem Schreibtisch liegen. Also bei mir liegen die auch überall verteilt. Ich habe sowas auch neben Bett liegen und so. Eben aus demselben Grund eigentlich, wie ich auch hier schon gesagt habe, um sich Sachen aus dem Kopf zu schreiben. Ich habe auch mega viele Hefte. Eins ist zum Beispiel für Videoideen oder so Ideen für den Podcast oder andere Sachen. Oder wenn ich ein Buch lese, habe ich auch öfter mal ein Notizheft daneben liegen. Gerade wenn es ein Ratgeber ist, um mir Sachen aufzuschreiben. Also Notizhefte habe ich immer. Und ich liebe das, wenn die halt schön aussehen. Weil es dann einfach noch mehr Spaß macht. Und das hier ist ein ganz, ganz toller Kalender. Der ist wesentlich dünner. Ist auch wie so ein Taschenbuch gemacht, als die anderen, die ich euch bisher gezeigt habe. Also was für die, die vielleicht bloß was Kleines Handtaschen für die Handtasche wollen. Und der ist auch super, super schön gemacht. Hier könnt ihr euch nochmal Kontakte und sowas hinschreiben. Hier habt ihr so einen Geburtstagsplaner. Finde ich auch immer gut, weil ich sowas nie im Kopf habe. Und so sieht dann zum Beispiel ein Monat aus. Und da finde ich die Auflistung hier super schön. To do natürlich. Myself. Super, super wichtiger Punkt. Sollte man jede Woche unbedingt was für sich eintragen. Dann wen man anrufen muss, wen man zum Beispiel eine Mail schicken muss. Oder wen man trifft. Oder kann man auch so reinschreiben, was ich halt auch so schön finde. Dass du sagst, okay, einmal in der Woche möchte ich mit dem und dem telefonieren. Oder einmal in der Woche möchte ich mich in einer Freundin treffen. Und in dieser Woche ist das halt die und die oder so. Das finde ich halt immer schön. Und jeder Monat hat ein anderes Design hier. Also gefällt mir auch richtig, richtig gut. Das ist schön, oder? Super schön. Und was mir auch noch gut gefällt. Hier hat man natürlich nochmal Platz für Notizen. Aber hier. My plans for 2018. My plans for 2018. And my plans for 2019. Dass man dann, da kommt einem ja noch ganz, ganz viel. So im Laufe des Jahres. Oh, dieses Jahr schreibe ich das nicht mehr. Aber nächstes Jahr möchte ich das, das, das und das machen. Und das finde ich halt richtig, richtig, richtig cool. Genau. Da könntet ihr zum Beispiel euch am 01.01. oder so hinsetzen. Und eure Pläne fürs aktuelle Jahr aufschreiben. Und dann zum Ende des Jahres schreibt ihr dann die Pläne fürs neue Jahr auf. Also der gefällt mir auch richtig, richtig gut. Diese drei Sachen sind, wie gesagt, von Monkey Minder. Den der Wandershop verlinke ich euch auf jeden Fall unten in der Infobox. Und ich liebe die Sachen. Hallo von der Mittagspausenfront. Auch noch etwas, um ins Umsetzen zu kommen, sind Pausen. Oh, und Belohnung. Also, das heißt dann nicht nur tun, 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 tun. Und irgendwann habt ihr so viel getan, dass ihr irgendwann keinen Bock mehr habt oder die Motivation runter ist. Sondern auch bewusst dann auch mal Pausen einlegen. Und aber auch sich belohnen. Gerade wenn ihr dann diese kleinen Zwischenziele erreicht habt, belohnt euch für das Erreichen der kleinen Zwischenziele. Und das kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise passieren. Entweder durch ein Stück Kuchen, ein neues Paar Schuhe, einen Yoga-Kurs oder weiß der Kuckuck, auf was ihr halt Bock habt. Aber belohnt euch gerade auch für das Erreichen der kleinen Ziele. Das finde ich auch super wichtig. Die Kinder gucken gerade drüben eine aktuelle, nee, eine aktuelle nicht, eine Folge ihrer aktuellen Lieblingsserie. Und da wollte ich noch einen Punkt mit euch aufgreifen. Und zwar ist ja auch Motivation ein ganz, ganz großer Punkt, wenn man halt vom Planen ins Umsetzen kommen will. Also wenn man Ziele auch umsetzen möchte, ist die Motivation ja auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann möchte ich den Top-Tipp mit euch teilen, der bei mir die Motivation wirklich beständig oben hält. Und zwar überlegt euch für das aktuelle Ziel, was ihr zum Beispiel gerade umsetzen wollt, Warum? Warum wollt ihr dieses Ziel erreichen? Was ist die Vision? Also wenn ihr dieses Ziel erreicht habt, wie sieht das dann aus? Wie ist euer Leben dann? Wie seid ihr dann? Und umso detaillierter ihr das machen könnt, umso emotionsaufgeladener das ist, umso besser. Weil das ist das, was bei mir die Motivation oben hält. Nehmen wir jetzt halt, ne, die Selbstständigkeit. Ich weiß, warum ich das machen möchte. Mein Warum ist sehr, 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 sehr stark. Ich habe auch eine Vision, wie das dann so im nächsten Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren aussehen soll. Und das motiviert mich, jeden Tag da dran zu arbeiten. Und deswegen überlegt euch für jedes Ziel, warum ihr das machen wollt. Und am besten ist es natürlich, wenn ihr es für euch machen wollt. Wenn ihr es nicht machen wollt, ne, abnehmen, damit der Partner euch attraktiver findet. Oder damit andere Leute nicht Dickerchen zu euch sagen. Ist nicht so optimal. Wenn es aus euch herauskommt, ist es halt einfach am besten, am stärksten. Und das hält auch die Motivation hoch. Und dann habt ihr auch viel mehr Bock, eure Ziele umzusetzen. Und da ist auch gerade, wenn ihr mal so ein Tief habt, wo ihr denkt, ach, das macht alles keinen Sinn. Oder es geht doch nicht so, wie ich dachte. Dann ruft euch wieder dieses Warum in den Sinn. Oder diese Vision, wie es aussehen soll, wenn ihr das Ziel erreicht habt. Und ich denke, dann werdet ihr wieder motivierter, um weiterzumachen und um das Ganze durchzuziehen. Ich habe hier vielleicht noch was ganz Interessantes. Und zwar ist es immer ganz cool, sich ständig an seine Ziele zu erinnern. Das heißt, das könnt ihr entweder durch so ein Vision Board machen, wie ich das hier habe. Also das ist halt das YouTube-Zeichen. Hier ist Yoga zum Beispiel. Das Meer. So ein paar Sprüche. Der Wohnwagen, weil ich unbedingt im nächsten Jahr mit den Kindern mit so einem Wohnwagen mal verreisen möchte. Aber das ist auch noch nicht komplett. Also hier fehlt auch noch was. Ihr seht, hier sind noch viele weiße Lücken. Also mein Vision Board ist auch noch nicht fertig. Also halt so ein Vision Board kann ich empfehlen. Oder so Post-its, wo euer Ziel halt wirklich so in ein, zwei Worten beschrieben ist. Und diese Post-its hängen halt überall in eurer Wohnung verteilt. Oder Bilder von euren Zielen. Wie beispielsweise das. Und das habt ihr vielleicht als Desktop-Hintergrund. Oder auf eurem Handy. Oder, 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 oder. Also dass euch Bilder oder so Post-its halt wirklich ständig auch an eure Ziele erinnern. Und, ähm, ja, dass ihr, dass, dass euch das quasi wie verfolgt. Und auch solche Bilder sind halt wirklich gut. Die brennen sich in euer Unterbewusstsein ein. Und das Unterbewusstsein merkt, hm, okay, das ist irgendwie wichtig. Ähm, und, ja, ich glaube, das steigert so ein bisschen auch die Motivation. Ich hoffe, dieser etwas andere Vlog hat euch gefallen. Es waren ein paar Tipps für euch dabei, die ihr eventuell umsetzen wollt. Dann schreibt mir das super gerne in den Kommentaren. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.